ja hallo und wir brauchen wasser wir brauchen viel wasser da sieht ein arsch voll personal guten gräber ich bin echt überlegen wir fahren ist das runter und wort genau sammler wir haben sowieso schrottsampern runterfahren wie wasser voll kriegen zielbrenner ne apotheker brauchen war statter arzneimittel es geht wieder hoch und die leichten auf die von der straße kriegen so in düster stadt wo wie sieht es hier aus sechs leute ihr habt alles hier recycler gestoppt gestoppt noch ernsthaft überlegen die industrie hier vorne nicht wieder reißen wird kein schrott kommen ich glaube das reiß ich hier vorne weg wird es vielleicht genau ich auch ernsthaft überlegen ob ich das einfach mit reiße und nochmal neu ausrichte da bin ich ja denn eigen kann ich nicht kann ich nicht war das weg jetzt muss ich sagen wir machen die wege erstmal weg dann fangen wir nochmal von vorne an hier wir brauchen auf jeden Fall erstmal jetzt Fäller dann brauchen wir Melle kriegen wir hier beides Baumschule und ein Sammler wir müssen einfach nur ja ein bisschen Optimierungsarbeiten halt da hin ganz wichtig ist wir brauchen hier eine Sisterne wo ist jetzt ein normales Lager das ist ein normales Lager das ist ein normales Lager kommen wir da hier hin müssen wir da hinkriegen du bist eine Baumschule machen wir hier hin was fehlt mir denn noch Rohstoffe Spott fehlt mir haben wir wo ist mein Töf Töf wohin soll es gehen du bist generell hier ah ok 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 haben wir jetzt gucken dass wir irgendwo Schrott herkriegen da ist ein Generator drin alles klar wo kriege ich Schrott her ja aber kein Schrott mehr ja ja echt das schon ne ist ja kein Schrott der Werkzeuge haha ähm alles klar müssen wir auf die Schrott produzieren geht es jetzt hier bergauf ja ich bin auch ernsthaft zu überlegen wir machen erstmal einmal so was haben wir jetzt hier hier bauen wir jetzt erstmal Schrott ab sofern ich das hinbekomme Schrott sammler gib mir einen Schrott das ist auch ein Schrott oder Holz oh das ist das geringere Problem Motor läuft da jetzt Schrott sammeln gehen die sind immer super aufgestellt brauche ich doch unbedingt mehr Fahrzeuge man jetzt nicht einfach eine Flagge setzen Auftrag ah ich verstehe I know ah ok 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 jetzt habe ich verstanden kann ich so eine ah kann ich nicht hier hinsetzen brauche ich dir noch ein Fahrzeug ja Holzfäller wäre auch nicht verkehrt möchte ich aber gerne hier oben hin haben ähm und zwei Baumschulen guck mal ja hier zack zack wie Platz haben wir denn 15 15 gönnen wir uns hier noch ein Häuschen Bounce Lager brauchen wir gleich um Weg 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 abreißen dann können wir das hier ja gleich hier hinsetzen und das Nahrungslager direkt hier drüber gepasst ja ich muss hin Nahrungslager hier hin sammelst fleißig Holz hier bin am steuer hier machen wir echt nach und nach Platz Neue Anweisung ist ok bräuchte wirklich noch bin unterwegs hier oben und ja dich das priorisieren war immer schrott motor läuft auf geht's okay fahren wir jetzt mal nach da kommst du mal hier hingefahren, wir müssen nur so viel, boah da gibt's Fahrzeug ah ich brauch hier mehr Platz in dem Ding ja ja, Sammlerhütte ist mir ja nicht ganz so wild, hier mehr Schrott gut, da produzieren wir mit weniger schon fast genauso viel, Platz haben wir jetzt für 20 wir müssen die ja hier alle versorgen das kriegen wir hier alles über ähm ich ziehe hier meinen Brunnen gerne erst mal der Brunnen wohin solls gehen ja, wird, das wird können wir hier vielleicht noch einen Weitenschrott sammler ich gehe hinten ja, wir müssen, wir müssen 14 ich kann ja theoretisch eine Sisterne bauen bin am steuern ja Schrottplatz, Schrottplatz haben wir nicht müssen wir einstellen wir müssen jetzt Schrott importieren ähm ähm steeg, steeg 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 ich hin ist das Getreide das ist ja nicht ein Bäcker oder sowas so, hier haben wir das aha 175 Nahrung Okay Müssen wir halt damit leben Kann man hier noch einen Weg bauen? Irgendwie irgendwo her Eine Krankheit ist ausgebrochen Hoffentlich nimmt sie ein gutes Ende Nächste Seuche wieder, ne? Motor läuft Brunnen Wie sieht's aus? 18 11 Muss hier irgendwie Ähm Den Scheiß hier umherfahren Wann, da rute ich auch auf 3 Ebenen sehen Oder bearbeiten Nee Aha So, okay Er startet nach Er startet von hier Okay Ähm Wer hat nach da Ventarplatz Lädt das da ab Lädt das auf Lädt das auf Lädt das auf Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das jetzt hin? Also er müsste Hier fangen wir an Laden auf Laden ab Wir müssen hier zwischen Wir laden hier ab Laden hier Beispiel Schrott auf Schrott So Schrott Wir brauchen genau Wir brauchen Schrott Also hier beladen war Schrott Gucken wir mal, wie das funktioniert Weil ich bin jetzt auch ganz ehrlich Ich würde wahrscheinlich den Andern nehmen Der hat mehr Plätze Wie fehlen uns denn? Es fehlen die ganze Menge Und es fehlen die ganze Menge Leute Hier Jetzt werden wir so ein bisschen Hier machen wir Sumpf Und hier haben wir alles Okay Motor läuft Motor läuft Ich glaube ich werde diese Routen Gleich nochmal komplett bearbeiten Weil ich In den anderen kriege ich bloß In den Passfinder kriege ich ja Diese Sachen rein Da kriege ich ja den Krempel rein Wohin soll's gehen? Verstanden So Jetzt gucken wir uns mal den anderen an Gut Der fährt nach da Und das, das, das Ich hoffe Wenn er die richtige Reihenfolge fährt Dann passt das Wohin soll's gehen? Gut Wohin soll's gehen? Haben wir hier noch eine Krise 300 irgendwas Leichen Wahnsinnig Ist hier noch ein Bestatter Irgendwohin sitzen Vielleicht das Material dafür Aber Platz Au, geht hier auch zu Ende Nicht geil So Farmer Fischer Hab halt kein Werkzeug mehr hier Wir machen erstmal Zack Sammler Fürster Totengräber Baumeister Argenarbeiter Äh Priorisieren Anders machen wir es runter Äh Holzfiller Zack Aufbereiter Schrottsammler Erstmal Muss die Nahrung stimmen Wir haben hier keine Toten Aber Mitarbeiter Das kommt Bin am steuern Sind das irgendwie Auf irgendeinen Springen da Ne So lange nicht alles besetzt Wir setzen jetzt mal hier alles Dann bauen wir hier nach und nach Weiter auf Dann gucken wir mal was wir hier für eine Industrie haben So Wir haben doch jetzt hier irgendwo noch einen Schrottsammler Ne Schrottsammler Genau der Cycler Werkstatt Wir haben jetzt nicht in welche Richtung er fährt Okay So Route bearbeiten Route bearbeiten So wir fangen von da an Hier laden Hier Wo ist es denn Das ein Wir laden das ein Dann fährst du hier rüber Ähm Entladen Hier Beladest du Route Genau Route Entladen Entladen Schrott Schrott Gelädst Aber Nein Gut ähm Ne Null Endler Nein Hier lädst Spritzen Entlädst Spritzen Okay Akzeptieren Gucken wir mal ob das so funktioniert Ob überall Zeug ankommt Neue Anweisung Irgendwie Können wir ein Krematorium mal forschen Das ist ein Wasserturm Das ist jetzt auch nicht schlimm Das ist ja mal ein Wasserturm Okay Motor läuft Wie sieht es hier aus Hier geht Nahrung etwas zur Neige Ich wollte ja hier noch Ähm Wapplerhütten bauen Das ist ein bisschen einer Hier oben machen wir noch eine Hausmittelhütte Weg Nahrungslager Nein noch Ist mal kein Problem Noch ist es kein Problem Machen wir hier einen kleinen Schlenki rein Da hin Und ein Nahrungslager hier hin Wollen wir gleich mal gucken Wohin soll es gehen Haben wir jetzt Spritzen hier 50 haben wir da Okay Das funktioniert Genau WLAN WLAN Entladen Soll ich hier entladen werden Entladen Weil ich hier Spritzen direkt anliefer Genau Entladen 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 Genau WLAN WLAN Jetzt wird Schuh draus Ist ok Ah gut Bearbeiten Fertig Wohin soll es gehen Wohin soll es gehen Oh